Dieser Chart hier ist die perfekte Zusammenfassung für das, was wir gestern beim FED-Meeting gesehen haben. 75 Basispunkte geht es hoch, aber vor allem die Aussagen aus der Pressekonferenz haben den Markt nochmal ordentlich ins Wanken gebracht und bilden aktuell eher wieder ein bärisches Szenario. Warum ich denke, dass das Ganze trotzdem in einer Bärenmarkt-Rallye enden könnte, das wollen wir uns jetzt genau zusammen anschauen. Es gibt weitere News noch zu Arbitrum, auch noch zu anderen Chains wie zum Beispiel Polygon. Dort gibt es eine Instagram-Implementierung. Das sind definitiv Big News, auch von Bitcoin. Deswegen dranbleiben lohnt sich. Jetzt erstmal zurücklehnen, anschnellen und viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin2go News. Ihr seht es hier oben, diesmal richtig mit den News und wir gehen gleich rein in das Marktupdate. Ungewohnterweise aber starten wir mal mit einem Meme. Das ist nämlich die Gefühlslage, die gestern nicht nur bei Krypto-Twitter war, sondern weltweit gefühlt. Es gab so viele Live-Zuschauer. Wir waren gestern live bei Robin auf dem Kanal. Furkan und ich haben uns das Ganze, wir haben uns das dann zu dritt angeschaut. Es war sehr, sehr spannend. Und die Aussagen auf der Pressekonferenz, die fasse ich gleich für euch zusammen, aber das ist mal der Schmerz, den sich die Leute gemacht haben, sich kaputt zu denken über eine Entscheidung, die eigentlich schon klar war, dass sie so fällt. Die Aussagen jedoch waren dann nochmal vielleicht ein bisschen negativer als erhofft. Wir gucken jetzt erstmal in die Kacheln und hier muss ich leider sagen, die Daten sind heute nicht ganz richtig. Der Bitcoin-Kurs ist gerade nicht bei 20.765. Der ist nämlich ein bisschen da drunter, weswegen ich kaum sagen kann, wie gut diese Sachen sind. Wir gucken gleich aber keine Sorge im Marktupdate drauf, wenn wir in den Altkontal kommen. Wir gucken jetzt erstmal auf den Bitcoin-Kurs selbst und den sind wir hier bei Binance auf jeden Fall mal richtig. Und das ist die Achterbahnfahrt von gestern. Wir hatten das FED-Meeting um 19 Uhr unserer Zeit. Das erkennt man auch an diesen wundervollen Kerzen und dem extremen Zuwachs hier am Handelsvolumen. Da ging es ordentlich nach oben bis 20.800 und dann wieder die Falle. Dann ging es eben runter und dann eben mit Start vor allem der Pressekonferenz um 19.30 Uhr. Da wurde es richtig bearish bis runter auf die 20.000er Marke, die erfolgreich verteidigt wurde. Und man muss sagen, Bitcoin bei 20.300 nach dem, was wir gehört haben, gar nicht so schlecht. Und einmal mehr ein Zeichen der Stärke, denn am Aktienmarkt, und das gucken wir uns gleich an, ging es wilder zu. Den ersten Sneak Peek gibt es hier, beziehungsweise Matthew Hyland malt schon mal ein Zukunftsszenario. Denn das letzte Mal, als wir solche neuen Aussagen hatten, und man muss auch dazu sagen, die Aussagen, kann ich jetzt schon mal farb sagen, sind auch nicht ganz neu. Sie sind aber nochmal deutlich härter geworden. Das letzte Mal, als wir solche extra harten Nachrichten eingepreist haben, haben wir eben genau dieses Chartbild, was ihr hier seht. Also den Moment, den Matthew Hyland hier markiert hat und danach ging es eben nochmal deutlich runter. Wir waren jetzt wieder in einer kleinen Erholungsphase. Hoffnung auf einen Pivot oder Pivot und die wird womöglich jetzt wieder abverkauft und errechnet vielleicht sogar mit einem wiederholenden Szenario. Also nochmal tieferen Kursen. Just him speculating, aber Caleb Franzen sieht es genauso. Wenn wir nämlich mal anschauen, wie sich der Nasdaq entwickelt hat, gerade in Bezug auf gestern, der hat nämlich ordentlich mit 3,5% Federn gelassen, Tech-Werte unter Druck. Bitcoin dafür relativ stabil, also wenn man sich die Korrelation anschaut, dann müsste eigentlich hier nochmal ein bisschen Nachholpotenzial da sein. Aber einmal mehr zeigt Bitcoin eben um die 20.000er Marke erstmal Stärke. Für mich übrigens ein Indikator, dass wir womöglich auch heute dann wieder an den Finanzmärkten wieder ein bisschen Erholung sehen. Darauf gehe ich jetzt gleich aber näher ein. Wir gucken erstmal noch ein bisschen weiter im Text, nämlich Recapital, der sich die Monatsbasis anguckt. Zoom out und da sehen wir die Monatscandles und deswegen kann ich euch auch mal eins sagen. Bei aller Liebe, es passiert halt auch einfach nichts. Ich sage euch das oder zeige euch das immer wieder, wir sind immer noch in der Range um 20.000 mit neuen News, die mal besser, die mal schlechter sind, aber eigentlich insgesamt immer schlecht. Also sagen wir mal, manchmal weniger schlecht und nicht gut. Das Bild zieht sich weiter durch und auch die Whales sind sich unsicher. Es gab hier eine intensive Recherche bei BeInCrypto, wo man sich das Ganze mal angeschaut hat. Die Whale-Wallets und zum Beispiel sind die Wallets von 10.000 bis 100.000 zwar in der prozentualen Anzahl gestiegen, aber auch nur, weil eben die größeren Wallets ein bisschen abgeworfen haben. Und wenn man sich die Whale-Bewegung in den letzten Monaten anschaut und da braucht man hier nur durch die Charts scrollen, dann sieht man zumindest mal, und ich will jetzt nicht auf jeden Chart hier einzeln eingehen, da sieht man zumindest mal, dass die Whales auch abgeworfen haben. Also ja, es gibt immer wieder Akkumulationsphasen, aber insgesamt sind die Whales weiterhin unsicher und auch selbst unsicher, wie sie eigentlich weiter verfahren wollen. Auf der anderen Seite, und das hatte ich in den letzten Videos auch immer wieder mal gezeigt, die HODL-Seite ist so groß wie noch nie. Es wurden noch nie so viele Bitcoin so lange gehalten. Das ist ein positives Signal und vielleicht auch eben ein Grund, warum wir hier gerade um die Marke 20.000 und vor allem mit dem letzten Boden bei 17.600 so viel Stärke in den Kursen sehen. Wir gucken jetzt mal auf weniger starke Kursen, nämlich den gesamten Finanzmarkt. Und der, liebe Leute, der war unter Druck gestern noch. Gucken wir mal auf den S&P 500 im Tagesverlauf, dann sehen wir eben eine ähnliche Entwicklung. Meeting, positiv und dann kam die Pressekonferenz, alles abverkauft, riesige Verluste. Wir haben den S&P 500 mit 2,5% im Minus. Wenn wir uns mal die US-Werte anschauen, dann sehen wir eben auch den Nasdaq mit 3,3% im Minus. Der DAX heute mit nur 0,5%. Das ist relativ gut. Die asiatischen Börse weiter noch im freien Fall, vor allem der Hang Seng. Ich meine, China hat nochmal zusätzlich seine eigenen Probleme gerade. Die Großstoffpreise mit einem leichten Abwärtstrend. Der Euro weiter schwach, weiter Richtung Neues tief. Muss man mal sagen, dass der Dollar hier vor allem an Stärke gewinnt. Und das sehen wir vor allem dann, wenn wir uns mal den Dollarindex anschauen. Der steigt nämlich auf die News gestern stetig wieder an. Und das ist eben schlecht für die Risikoassets. Ein starker Dollar ist schlecht für den Finanzmarkt. Und hat eben dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass wir dann eben hier Schwäche gesehen haben. Stärke weiter bei den Renditen der Staatsanleihen. Die natürlich jetzt einpreisen, was dort gesagt wurde. Und eine der Kernaussagen war eben eine mögliche neue oder beziehungsweise noch höhere Fettraten. Also noch höhere Zinsraten im nächsten Jahr. Und das muss natürlich erstmal wieder an den Renditen eingepreist werden. Also sehr, sehr hawkisch, sehr negativ, was gesagt wurde. Und ich fasse das mal für euch zusammen. 75 Basispunkte ging es also hoch. Und das Bild hier sagt, glaube ich, mehr als 1000 Worte. Das ist quasi nochmal die Verbindlichung der Reaktion, zumindest sehr kurzfristigen Reaktion, auf das, was Jerome Paul gesagt hat. Denn auch nicht alles daran ist negativ. Aber Fakt ist auf jeden Fall mal die Kurzzusammenfassung. Pivot, ja, den gibt es von hawkisch zu noch mehr hawkisch. Also hawkisch bedeutet ein wirklich sehr negativ. Und ja, das ist definitiv mal freier Fall weiter nach unten. Jerome Paul hat Stärke gezeigt. Gut für ihn, schlecht für die Predictions. Und hier sehen wir einen ganz wichtigen Graph, den ich euch gerade noch im Vorspann gezeigt habe. Nämlich die Fed Fun Futures. Und hier sehen wir eben deutlich, dass man jetzt hier wieder über der 5% Marke ist. Ursprünglich hatte man ja den FED oder die Terminal Rate, das heißt den Zinsgipfel bei 4,63% gesehen. Den sehen wir jetzt eben deutlich höher. Und das ist ein Problem. Denn steigende Zinssätze bedeuten wieder weitere Herausforderungen für die Weltwirtschaft. Und damit eben auch für die Finanzmärkte, die nichts anderes tun, als genau diese Weltwirtschaft in Zahlen einzupreisen. Wir kommen jetzt nochmal zu ganz wichtigen Aussagen der Zusammenfassung. Was wurde also gestern alles gesagt? Mark Ralf, ein Twitter-Account, den ich folge, hat das hier sehr gut oder sehr treffend zusammengefasst. Neben der Tatsache, dass natürlich jetzt die Fed Fun Futures gestiegen sind, also die Terminal Rate, hat das natürlich auch alles ein bisschen seine Gründe. Und das sind Aussagen, wie zum Beispiel, dass er hier sagt, what's far more important now is for now long rates will remain high and we will stay the course until the job is done. Also dieses Statement kam immer und immer wieder, klare Härte, dass der Arbeitsmarkt einfach, und das ist ja auch der Grund, warum ich vorher auch gesagt habe, wir können fest mit 75 Basispunkten rechnen, der Arbeitsmarkt ist einfach noch zu stark für die Fed. Und gucken wir uns die Inflationsdaten an, auch die haben jetzt in der Vergangenheit nichts hergegeben, als dass die Fed irgendwas anderes zeigen sollte als Stärke, als Härte. Denn andere Aussagen sind nochmal besonders interessant gewesen. Klar ist, mit einer PCE-Rate von über 5% wird die Fed wohl noch weiter in Richtung über 5% gehen müssen. Denn die Fed-Rate muss, oder der Zinssatz muss höher als die PCE-Rate sein, damit man die Inflation in den Griff bekommt. Das ist der einzige Mechanismus, den die Fed überhaupt machen kann. Und da sieht man eben auch, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie der Markt das auch aufgenommen hat, was Paul gesagt hat. Es gibt hier für einen Indikator, er nennt ihn hier den Paul Credibility Indikator. Wenn der über 1% ist, beziehungsweise über 1 bis 1,5% und der war jetzt gestern bei 1,6%, dann glaubt man dem, was John Paul sagt und glaubt die Härte. Und immer wieder das gleiche Statement, until the job is done. Und wichtiger Punkt ist hier, Risk Management is key. Was er sagt, und dieses Statement fand ich mit am krassesten, war wirklich wild. Denn er hat gesagt, okay Leute, wir haben diese eine Möglichkeit, wir können unsere Zinssätze weiter ansteigen lassen, die Daten geben nichts anderes her. Wir gucken jeden Monat immer neu auf die Daten. Haben wir alles schon gehört. Aber hier nochmal dann zu sagen, wir müssen lieber die Inflation bekämpfen, als die Wirtschaft zu retten. Das war durch die Blume hier nochmal ein bisschen deutlicher gesagt worden. Und vor allem auch die Tatsache, ist doch egal, wenn die Wirtschaft leidet, dann pumpen wir eben wieder Geld rein. Boah, Leute, also das war wirklich eine wilde Aussage. Also man sagt hier ganz klar, wir gehen lieber das Risiko ein, dass die Wirtschaft schwankt, dass die Wirtschaft keine weiche Landung hat. Und davon geht man immer mehr jetzt auch aus. Als dass die Inflation sich festbeißt. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, oh, ich sehe gerade die zweite Kamera, funktioniert heute leider nicht. Dann hier für euch. Da muss ich leider ganz klar sagen, finde ich auf der einen Seite sehr schwieriges Statement zu sagen, okay, dann drucken wir wieder, wenn es halt schlecht läuft. Weil dann wiederholt sich dieses Spiel immer und immer wieder. Auf der anderen Seite auch wichtig für die Märkte eigentlich hier Stärke zu zeigen. Denn der Job der FED ist eben, die Fiat-Währung auf ein Inflationsniveau von 2% zu bekommen. Also hier in Anführungsstrichen Stabilität herzustellen. Der Weg ist noch sehr weit. Und die Daten jetzt zeigen, dass dieser Weg noch länger wird, noch härter. Und womöglich auch nur noch mit noch höheren Zinssätzen, zumindest von deren Seite, bekämpft werden kann. Jetzt muss man dazu sagen, nicht alles ist eben nur mit Zinsen kontrollierbar. Und je höher die Zinsen, desto brutaler wird es für die Wirtschaft und die Finanzmärkte preisen das jetzt genau ein. Also harte Zeiten, die uns bevorstehen. Das war der K.O.-Punch, der K.O.-Schlag, wie Alf auch sagt. Und hier gibt es nochmal ein Statement von TXMC Trades, wo er ganz klar sagt, dass sie ein kraftvolles Tool haben. Aber er sagt hier wirklich, die große Gefahr ist, dass die Fed wirklich glaubt, dass sie die Kontrolle über das hat, was gerade passiert. Vor allem auch die Kontrolle darüber, dann wieder den Geldhahn aufzudrehen. Also viele kritische Stimmen, was die Geldpolitik angeht. Ich muss trotzdem auch positiv mal festhalten, dass eben die Stärke, glaube ich, mittelfristig oder jetzt kurzfristig vom Markt auch nochmal etwas positiver aufgenommen werden kann. Denn der Kampf gegen die Inflation wird ernst genommen und den gilt es definitiv zuerst zu besiegen. Gucken wir uns jetzt mal an, wie die Zukunft aussieht. Das nächste Fed-Meeting kommt bestimmt und zwar in 41 Tagen. Und da kommen noch Inflationsdaten. Die werden enorm wichtig. Am 2. Dezember kommen die, glaube ich, nee, sorry, die kommen jetzt Mitte November. Bin ich gerade nicht ganz sicher, schreibt es gerne in die Kommentare. Ein bisschen verwirrt hier. Aber im Moment ist es so ein bisschen 50-50. Ob es 50 Basispunkte oder 75 werden, man wettet und hofft also doch wieder auch mit besseren Inflationszahlen vielleicht doch nochmal eine kleine Lockerung zu sehen und einen weniger harten Jerome Powell. Aber wir schieben das Ganze eigentlich nur von Monat zu Monat. Wir gehen jetzt mal rüber in den Kryptosektor. Schreibt mir gerne in die Kommentare nochmal, was ihr zu diesem Thema denkt, wie ihr die Lage einschätzt. Ich denke, wie gesagt, eigentlich ist dieses Vertrauen hier auch ein ganz wichtiger Faktor. Der Fed, denn das Vertrauen wurde in der Vergangenheit verloren. Harte Linie ist hart für alle, aber ist vielleicht auch der einzige Weg, das alles hier zu schaffen und mittelfristig dann vielleicht doch eine Chance für eine kleine Bärenmarktrallye. Wir gucken jetzt, wie versprochen, auf die Hashrate bei Bitcoin. Die steigt nämlich weiter an. Wir hatten das gestern auch im Video tituliert. Guckt gerne mal bei Robin HD auf dem Kanal vorbei. Sehr, sehr cooler Talk. Das Thema war auch natürlich ein Punkt. Und hier gibt es eben jetzt noch einen weiteren Miner, der in Schieflage geraten ist und eine weiter steigende Hashrate wird die Bitcoin-Miner weiter unter Druck setzen. Das sorgt dann für die so lang prophezeite Kapitulation an den oder für die Miner. Am Ende des Tages haben diese aber auch schon viele ihrer Bitcoins verkauft. Wenn man sich mal die Net-Positions anschaut, da muss man sagen, so viel Verkaufsdruck ist er vielleicht auch nicht mehr. Und dann ist es nicht mehr als ein natürlicher Ausleseprozess im Mining und eben wieder eine leichte Verschiebung der Machtverhältnisse, ohne dass eine Partei zu mächtig wird. Denn das wäre auch schlecht für die Profitabilität beziehungsweise auch für die Kredibilität der einzelnen Miner und eben das Bitcoin-Netzwerk selbst. Fakt ist, so sicher war es noch nie und das sind definitiv gute Nachrichten. Schlechte Nachrichten eben neben diesen Insolvenzen gibt es auch wieder aus dem Kryptosektor. Dylan Leclerc hat wieder was ausgegraben und das war gar nicht so schwer zu finden. Bei Coindesk gab es ein Report zu Alameda Research und die oder beziehungsweise der Fund hat ja 14,6 Milliarden Dollar Assets. Das ist schon mal gut, aber auch 8 Milliarden Schulden. Und wenn man sich aber mal die Asset-Seite anschaut, dann sieht das Ganze gar nicht so toll aus, denn die Bewertung von 14,6 Milliarden ist natürlich zu Marktpreisen. Aber wenn diese Assets, und sie halten eben Assets, wo sie vor allem sehr, sehr große Anteile haben, sorry, wo sie sehr große Anteile einer Kryptowährung halten, dann ist das natürlich ein Problem für die Marktpreise, wenn sie jetzt Schulden bedienen würden und diese Assets liquidieren. Ein Beispiel ist der FTX oder beziehungsweise der FTT-Token, der in größter Hand eben bei Alameda liegt und da kann man nicht einfach verkaufen, um irgendwas zu bedienen. Also sehr illiquide Assets und damit Risiko für eine Schieflage, so habe ich es auch mal zusammengefasst. Das heißt, Alameda, wir könnten vielleicht nochmal davon hören und das wäre auf jeden Fall mal ein großer Knall. Ich glaube noch nicht daran, dass es wirklich komplett schief geht, aber ihr seht, im gesamten Kryptomarkt wird diese Situation, die gerade da ist und die wird noch ein bisschen länger dauern, auch seine Spuren hinterlassen für viele der großen oder vermeintlich großen Player. Wir haben ansonsten MicroStrategy, auch ein großer Player im Bitcoin-Bereich, immer noch einer der größten institutionellen Whales. Die langfristige Bitcoin-Strategie bleibt, mittlerweile sind die aber mit zwei Milliarden in der Kreide, denn so erfolgreich war das Ganze dann nicht. 130.000 Bitcoin haben sie aber weiter noch und damit weiter klare Strategie von MicroStrategy, all in Bitcoin, the show must go on. Ansonsten haben wir nochmal ein Update für euch. Wir testen ja gerade fleißig auch neue Produkte im Kryptospace. Ich werde auch nochmal einige Videos machen. Ich habe ein paar Videos auch schon aufgenommen für euch dann hier auf dem Kanal, aber das Ganze gibt es natürlich auch in geschriebener Form in unseren Erfahrungsberichten. Und wir haben uns mal BingX angeschaut. Ihr kennt das vielleicht von dem einen oder anderen Kanal, wo ihr es vielleicht schon mal gesehen habt. Eine neue Plattform, die Spot-Trading, die Future-Trading anbietet und vor allem sich auf das Social-Trading spezialisiert, also in Form auch des Copy-Tradings. Das ist so eine Strategie, wo man eben andere erfolgreiche Trader kopieren kann, nachhandeln kann. Wir haben das Ganze uns mal genauer angeschaut, eine Bewertung abgegeben. Es läuft aktuell übrigens auch eine Bonus-Aktion. Das haben die uns angeboten. 50 Dollar könnt ihr hier direkt einlösen ohne KYC. Guckt mal auf den Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr also mal die Plattform ausprobieren wollt, kostet euch nichts, außer eben die Anmeldung. Ihr könnt mit 50 Dollar vielleicht auch schon mal ein bisschen dort was austesten. Aber wir haben uns angeguckt, was ist BingX? Die Handelsplattform im Test mit den wichtigsten Funktionen. Das Spot-Trading, der Trading-Bot. Dann vor allem auch, wie man einzahlt. Einzahlt, aber dann vor allem das Social-Trading war uns wichtig und das Copy-Trading. Worauf müsst ihr eigentlich beim Copy-Trading achten? Was ist oder wie funktioniert das Copy-Trading? Und wo sollte ich auch wirklich darauf achten, bei welchem Trader ich vielleicht was mache oder eben nicht? Und ich sage euch eins, Copy-Trading ist sehr, sehr risikoreich. Deswegen haben wir noch einen ganzen Part dazu geschrieben. Ihr solltet hier eure Risiken kennen. Das jetzt mit dem Spielgeld vielleicht mal zu probieren, ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich persönlich bin nicht im Copy-Trading-Bereich aktiv. Aber wenn das für euch interessant ist, lest euch bitte intensiv den ganzen Artikel durch. Und dann könnt ihr euch auch eben angucken, wie die ganze Plattform funktioniert. Also die Erfahrungen waren auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und zeigt, dass auch hier im Kryptomarkt weiter Plattformen aktiv sind und eben auch was Neues vielleicht ausprobieren. Ansonsten haben wir noch die Google Trends. Die sind auf einen neuen Tief mit 25. Der Fiend-Greed-Index entsprechend bei 30. Wenig überraschend. Die Angst dürfte hier noch weiter zunehmen. Überraschend die Bitcoin-Dominanz. Die geht weiter auf Sinkflug Richtung unter 40% langsam. Während die Altcoin-Season langsam oder weiter vor sich hin flackert. Wenn wir aber mal wirklich uns die Gewinner und Verlierer genau anschauen. Und da werde ich jetzt nochmal einen kleinen Refresh hier für euch machen. Dann sehen wir, dass ja der Markt und hier sehen wir übrigens dann auch die anderen Kurse. Nämlich bei CoinGecko funktioniert das Ganze noch. Ups, da knurrt der Magen. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Gucken wir uns die Gewinner und Verlierer an. The Graph. Wir haben Ethereum Name Services. Wir haben Arweave mit einer extremen Kursexplosion. Chilis, ICP, Algorand. Wir haben keine klare Linie, warum irgendwie was jetzt besonders stark pumpt. Gucken wir mal auf 7-Tage-Sicht. Ist immer noch Dogecoin weit vorne dabei. Bei Mina Protocol eben auch Chilis. Also wir sehen, im Altcoin-Bereich wird weiter gespielt, wird weiter gezockt. Es gab aber einen Gewinner, den wir uns jetzt gleich nochmal genauer anschauen wollen. Das ist noch nicht Ethereum. Aber hier habe ich zumindest mal die News für euch, dass auch nach dem Merch hier die Whales aktiver wurden. Anders also bei Bitcoin, wo man sich vielleicht unsicher ist, war der Merch eher ein Indikator dafür, dass die Whale Wallets weiter aufgeladen haben. Es gibt auch mehr Smart Contract Anwendungen. Also die Entwicklung bei Ethereum geht erfolgreich weiter. Das mal aus den Whales Insights bei der zweitgrößten Kryptowährung. Und die News, die waren wirklich big. Denn Meta hat announced, bei Instagram gibt es demnächst NFTs. Das ist jetzt keine Überraschung. Man kann dort kaufen und verkaufen. Direkt über die App. Ich habe noch nicht gesehen. Also es kommt ja noch, wie es funktioniert. Man sieht hier die Screenshots. Und es wurden zwei Namen genannt. Und vor allem Polygon, mit denen sie starten werden. Entsprechend ist Polygon extrem gestiegen am gestrigen, beziehungsweise auch am heutigen Handelstag. Also die News ist auf jeden Fall mal positiv angekommen. Bei einem der wichtigsten Second-Layer-Skalierungsprojekte für die Ethereum-Chain. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze bei Polygon. Polygon selbst ist ja eigentlich eine Sidechain. Und dass dieses Thema Skalierung wichtig ist und narrativ definitiv auch für die nächste Bull-Phase, meiner Meinung nach, zeigt zum Beispiel auch das hier. Abitum ist für 62% aller Ethereum-Transaktionen verantwortlich. Wir sehen extreme Zuwächse bei Optimism, bei Abitum. Wenn Seekersync startet, auch dort kann ich mir gut vorstellen, dass dort ein bisschen Volumen drauf geht und somit eben die Main-Chain entlastet und damit die Skalierung von Ethereum jetzt schon löst. Abitum hat noch kein Token. Ich hatte euch schon mal einen Hinweis gegeben. Es lohnt sich vielleicht, hier sich mit dem Netzwerk zu beschäftigen, Sachen auszuprobieren. Dann kriegt ihr vielleicht einen AirDrop. Wetten würde ich nicht darauf, aber hier die Ermutigung, wenn ihr mal Sachen probiert, kann sich das durchaus auch mal lohnen in Form eines AirDrops. Da seid aber nicht die Einzigen, die das versuchen. Kommen wir zu meinem Ausblick jetzt zum Abschluss. Und ja, was denke ich, wie es weitergeht? Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt. Ich rechne immer noch mit einer kleinen Bärenmarkt-Rallye einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen vollen Grad der Erschöpfung erleben. Wir erleben ein Maximum der gefühlten Depressionen. Schlimmer kann es gefühlt kaum noch werden. Und wenn dann die Stimmung leicht kippt, dann kann man auch durchaus nochmal positive Kursentwicklungen sehen. Heißt, ich sehe für Dezember größere oder höhere Kurse als heute. Aber, und da muss ich mal den Wind aus dem Segel nehmen, auch keine Kurs-Explosionen. Und eben nicht mehr als eine Bärenmarkt-Rallye. Denn wir hangeln uns von Datensatz zu Datensatz, Inflationszahlen, Arbeitsmarktdaten, Inflationszahlen, Fettentscheidungen und, und, und. So rollt das Ganze weiter, bis eben eine Wende wirklich absehbar ist. Erst dann wird der Markt auch wieder vielleicht ein bisschen bullischer mit einer echten Bodenbildung. Bis dahin gibt es immer die Gefahr, dass wir noch ein tieferes Tief sehen. Und die Indikatoren, zumindest beim S&P 500, deuten auch darauf hin. Aber, Leute, jeder Drawdown ist eine Möglichkeit. Und das ist nicht, um euch zu sagen, kauft jetzt in diese fallenden Messer oder sonst was rein. Macht euch einen konkreten Plan. Und gerade in Bärenmarktphasen sind die finanziellen Chancen die größten. Warum? Alles, was fällt, steigt auch wieder. Gerade wird so viel abverkauft. Facebook alleine, Amazon haben Werte der letzten fünf bis sieben Jahre einfach mal so, puff, in Luft aufgelöst, dass sie das irgendwann vielleicht mal wieder aufholen, weil dort immer noch erfolgreiche Unternehmen hinterstehen. Das sollte, glaube ich, realistisch sein. Genauso auch für Bitcoin. Und gucken wir mal an, von dem Punkt jetzt bis zum letzten Allzeithoch sind es allein schon bei Meta, und das ist jetzt wirklich keine Handelsempfehlung, aber bei Bitcoin, sagen wir mal, 200% Kurssteigerung drin, über 150% bei Ethereum, bei Amazon immer noch deutlich über 50%, 75%. Also ihr seht, da ist durchaus wieder dann eben Luft nach oben und das ist das Gute an Bärenphasen. Sie geben eben Luft, Luft wieder für weiteres Wachstum und dann eben auch darüber hinaus. Denn unser Wirtschaftssystem ist noch nicht gescheitert und unser Wirtschaftssystem bewegt sich in genau diesen Zyklen, die es auch in der Kryptoszene gibt. Wir sind gerade in der Depression. Wir sind auf dem Weg wieder zurück in die Buy-Zone, die ich immer noch bei Bitcoin unter 19.000 sehe und weiter darunter. Bis wohin? Und wie lange? I don't know. Aber wenn wir wirklich tief unten sind, am Boden, dann kommt eben wirklich auch wieder ehrliche Hoffnung, Optimismus, Belief bis hin zur Euphorie, wo wir dann zum Beispiel mitten in der Covid-Pandemie letztes Jahr waren und einen irrationalen Bullrun noch gesehen haben. Also das war meine persönliche Prognose. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Like drauf. Sorry fürs Magenknurren. Ich hoffe, man hat es wirklich nicht gehört, aber ich hatte so einen Hunger. Ich werde jetzt erstmal was essen. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Kommentare, Ideen, Anregungen gerne unten rein. Auch wenn ihr vielleicht noch weitere Anleitungen oder sonstige Erfahrungsberichte vielleicht auch in Videoform sehen wollt, schreibt es mir gerne rein. Dann kümmere ich mich darum in den nächsten Wochen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.